Der Highway ist unter uns. Hyderis Verstärkung ist in Position für den Wolf. Wir draußen kriegen uns die Russen leicht. Ja, die Zeit ist knapp. Barkhaus-Männer jagen uns. Er hat keine Kontrolle. Er will sie zurück. Hier ranhalten! Bewegung! Wir müssen den Wolf am Passer fangen. Vor dem Krieg gab es hier Familien und Lachen. Lachen ist die beste Medizin. Kennst du einen Witz? Wie nennt man einen schlafenden CIA-Agenten? Wie? Einen verdeckten Ermittler. Nicht schlecht. Ist besser in meiner Sprache. So Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Call of Duty Modern Warfare in Kampagnenmodus. Wir sind weiterhin auf der Suche nach diesem Wolf. Nachdem wir die Botschaft leider nicht verteidigen konnten, haben sie ihn ja wieder rausgeholt. Und jetzt machen wir uns zum Gegenangriff bereit. Mein Vater nannte Hadir den Schabal, seinen kleinen Löwen. Was ist aus ihm geworden? Er starb im Kampf. Kowat al-Qatal al-Khassa Admin, Seyedeti. Halte uns auf dem Laufenden! Alex, hier lang! Hadir wartet auf uns. Er sollte alles mitbringen, was er hat. Alex, sieh dir das an! 3,38 Lapour. Panzerbrechend auf 600 Meter. Ich hab das selbst zusammengebaut. Bitte, benutze sie. Nicht schlecht. Schütze sie mit deinem Leben. Sie tut es auch für dich. Danke. Einfach. Perfekt für diese Entfernung. Ich übernehme das Sichten, Alex. Wir sind jetzt Brüder. Benutze dein Visier. Mach mich stolz, Alex. Machen wir dich bereit. Achte auf das schimmernde Licht beim Highway. Ja. Passe jetzt die Vergrößerung an. Bin schon dran, Commander. Wie förmlich. Ali, stoß zu den anderen. Ja, Commander. Bleib an ihm und du siehst mein Team an der Straße. Ja, ich sehe sie. Sie unterstützen uns, wenn wir den Al-Katala-Konvoi angreifen. Raza, platziere ein Ziel beim Bus. Vertikale Striche sind für die Distanz. Jeder steht für 200 Meter. Ich soll jetzt üben, aha. Das Ziel ist 400 Meter weit weg. Ziele zwei Striche darüber. Zwei Striche, verstanden. Oha, krass. Sie spricht mit dir, Alex. Mein Bruder. Dein größter Fan. Probieren wir noch ein Ziel auf andere Reichweite. Ziemlich weit hinten ist ein blaues Haus. Siehst du es? Sichtkontakt zum blauen Haus. Da ist Obst auf der Kühlbox. Distanz 600 Meter. Schieß, wenn du so weit bist. Zack, Freunde. Habt ihr das gesehen? Ja, das ist ein wahrer Rumpfkiller. Das hab ich gehört. Ja, Heowen. Passt auf, Jungs. Jetzt sollte alles passen. Nutze immer die Umgebung zu deinem Vorteil. Flaggen zeigen die Windrichtung und Orientierungspunkte die Distanz. Verstanden. Gut. Und jetzt achte auf Aktivität auf der Straße. Sie werden bald da sein. Sehr spannend hier. Orientierungspunkte auf den Straßen. Nicht als Wind. Ich hab was bei der Ölpumpe. Bei welcher Ölpumpe? Nur ein paar streunende Hunde. Da. Sichte weiter die Straße. Der Wolf wird bald da sein. Verstanden. Der Wolf wird sich verlassen. Verstanden. Nicht angreifen. Sie haben ein Fahrzeug gesichtet. Rechte Seite. Könnte der Wolf sein. Oder seine Männer. Wir bekommen endlich etwas Gesellschaft. Sieht nicht nach dem Wolf aus. Das sind Speer des Wolfs. Noch nicht schießen. Erst bei freiem Schussfeld. Ali, siehst du sie? Sie klettern auf das Dach. Augen aufs Dach, Alex. Zwei, auf dem Dach. Ja, ich sehe sie. Vierhundert Meter. Schieß, wenn du so weit bist. Ziele weiter nach rechts unten. Sie sind vierhundert Meter weg, Alex. Guter Treffer. Noch einer. Guter Schuss. Zwei Speer weniger für den Wolf. Ali, du kannst jetzt hin. Hadir ist einfallsreich. Er lässt eine Falle für die Männer des Wolfs vorbereiten. Alex, gib dem Team Deckung. Den Wolf zu töten, garantiert uns nicht das gestohlene Gas. Stimmt. Was ist, wenn du es nicht findest? Das muss ich. Die Männer des Wolfs müssen zum passierenden Wagen bewegen. Warte, bis sie nah genug dran sind und sprengen ihn dann. Ich soll ihn sprengen? Weiß auf den Wagen schießen. Oder... Verstanden. Es geht los. Sei tapfer, Freunde. Die Soldaten des Wolfs sind hier, Alex. Rechts vom Highway. Drei Alcatala-Fahrzeuge. Verstanden. Nicht feuern. Lass sie näher ran. Soll ich angreifen? Nein. Sie müssen näher ran. Näher. Na los. Nicht so schüchtern. Scheiße. Sie sehen ihn. Sie gehen zum Truck. Hadir. Ich seh's. Bereit machen, Alex. Spreng den Truck, Alex. Boom. Angriff! Angriff! Feuer eröffnen! Sie sind rechts vom Bus. Guter Schuss, Alex. Eieiei. 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 Grenade, Grenade! Treffer. Auf die Fenster achten. Tolle Treffer. Nachladen, komm schon. Ja, bei. Wir dürfen nicht nachgeben. Tu es. Schieß auf die Motoren, halte sie auf. Erledigt. Voller Treffer. Soldaten, näher, dicht. Ich sehe sie. Ach, Westen. Bewegung. Verstanden. Oh. 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 Ganz schön knapp hier. Oh. Oh. Oh Pfeffer. Oh. 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 Entstanden. Mörser! Alex, schalte sie aus! Achte auf das Mündungsfeuer, wenn sie schießen! Alles im Blick. Sie sind erledigt. Alex, da ist noch ein Alcataller Mörser-Team. Schalte es aus! Wo seid ihr? Sie ist hier. Sicher, sie sind tot. Da draußen ist immer noch ein Mörser. Kein Sichtkontakt. Was siehst du? 600 Meter. Aktivität am blauen Haus. Da hinten. Ich sehe sie. Mörser-Team ausgeschaltet. Selbstmord-Truck! Linke Seite! Linke Seite! Halte den Truck auf, Alex! Das war knapp. Gut geschossen, Alex. Der Wolf wird wohl kommen. Sonst würden sie nicht mit Truppen den Weg freimachen. Platziere USB-Faus, Bruder. Hadir und ich sichern die Umgebung, Alex. Geh zum östlichen Bunker und rüste dich für den Wolf aus. Sehr gut. Haben wir hier alles. Mg. Dann nehmen wir noch die hier mit. Die mit. Das ist eigentlich gut so. Behalte das Gewehr, Alex. Wir greifen den Konvoi des Wolfs aus der Distanz an. Ich soll es behalten, also nehme ich es doch lieber mit. Auf die Entfernung ist Hadirs Gewehr, deine beste Chance, den Wolf und seine Männer zu erwischen. Noch mehr Sprengsätze, Hadir? Genau wie beim letzten Mal. Wenn Feinde näher kommen, zünden. Alter Abstand. Alex, Käpt'n Price ruft über Funkern. Er meint, es sei dringend. Er ist unterwegs zu euch und die Husten sind gleich dahinter. Runter! Feindkontakt! Unten bleiben! Sie dürfen euch nicht... Boah! Krasser Scheiß. Wir sind unterwegs zu euch und die Husten sind gleich dahinter. Runter! Feindkontakt! Unten bleiben! Sie dürfen euch nicht sehen! Sind unterwegs. In Deckung bleiben! Die Schüsse kamen vom Highway! Erledige ihn jetzt! Er liest uns einzeln auf Alex! Finde den Scharfschützen! Das Sonnenlicht spiegelt sich im Zielfernrohr. Achte auf das Glänzen! Achte auf das Glänzen seines Zielfernrohrs! Beißer. Zielfernrohr oder spiegeln der Sonne! Achte auf das Dunkeln! Wind hat gedreht! Er wird jetzt viel stärker! Das musst du hören, Schichter! Wir sind weg nach links! Neue Zielsuche! Er positioniert sich neu! Der Sonnenlicht spiegelt sich im Zielfernrohr. Achte auf das Glänzen! Zack, Junge! Guter Schuss, Alex! Alcatala sammelt sich beim Highway! Das könnte er sein! Verstanden! Das sind 600 Meter, Alex! Schalte sie aus! Wo? Hinten. Auf geht's! Ich bin sicher! Nicht schlecht. Ist er weggeholt, oder? Ja. Boah. Reifen. Wo sind sie? In den Händen. Sie fahren ja eins noch. Weitere so, Alex! Direkt ihre Vormarsch! Hochfesten! Achtung! Ich sehe sie! Aktivität! Schicke Soldaten! Was tun Sie denn? Ich bin nicht gehalten! Bein! Ich bin nicht mehr! Was zur Hölle, Alter? Wie sollen die denn alle wegholen? Achtung! Da! In der Tür! Da! Achtung! 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 Wir brauchen mehr Feuerkraft! Wir müssen weg! Achtung! Achtung! Wir brauchen Hilfe! Wo bleibt Käpt'n Kreis? Wir können nicht warten! Ich habe mehr Feuerkraft in meinem Truck! Alex! Wir nach! Nur meinem Truck, Alex! Jooo, Junge! Ein Laster ist voll mit Sprengstoff! Starkem Sprengstoff! Benutzen wir ihn! Mach schnell die Heckklappe auf! Ich gebe uns Deckung! Wo ist das Gas? Ja! Jetzt kriegen die Russen erst durch! Die Gasmasken sind in den Bunker! Komm schnell! Toll! Hadir! Was ist das? Das war von ihrer eigenen Militierung! Was? Das Gas! Wenn dir es genug ist, dann waren wir raus! Los, Rester! Rein! Ja! Was ist das? Toller Typ! Oder? r noch mal. Schwester, runter von mir! Wie könntest du das tun? Wir hatten keine Wahl, Pfarrer! Es geht nicht anders! Nein, nicht so! Schwester, Schwester! Alex! Hör mir zu! Ich stahl das Gas von den Russen, um uns zu helfen! Nur um uns zu helfen! Sag es, Pfarrer! Sag es ihr, Alex! Nicht so geil! 20 Jahre! Die liebige Taste treten! Ziegelstein! Ziegelstein! Hey, wir benutzen sie zu befreien! Wir sind echt verschüttet! Hier unten ist ein Kind! Schnell! Die Trümmer müssen weg! Bringt die Säge! Hier ist jemand! Haltet ihr die Augen zu! Okay, das ist schon sehr krass gemacht! Wir spielen ein Mädchen! Ganz jung! Das ist meine Tochter! Sieh da raus! Baba! Jetzt bist du sicher! Wir spielen ein Mädchen! Ganz Kind! Geht sie mir aus! Mama! Oh, meine kleine Parade! So glücklich bist du noch! Mama! 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 Wo ist mein Sohn? Wo ist dein Sohn? Wo ist dein Sohn? Wo ist dein Sohn? Zuhause geblieben! In Lenni! Ich helfe dir, Bruder! Hier lang! Baba! Ich hab Angst! Hab keine Angst, Gröns! Wir sind zusammen! Wir sind Kinder! Bitte! Nicht schießen! Wir sind unberhaftet! Ach, Scheiße! Kleines! Ich geh vor und schau, ob es sicher ist! Bleib hinter mir! Ja, Baba! Das mach ich! Gutes Geld! Hör auf mich! Dann bist du sicher! Okay, gehen wir! Hier lang! Okay, das ist schon krass! Inszeniert hier! Total! Jetzt, Cleans! Folge mir! Der Russen dürfen es nicht sehen! Folge mir! Tapferes Mädchen! Oh nein, da kommt sie schon wieder! Das ist der Junge! Es ist Gift! Nicht einatmen! Beeile dich! Wir sind zu Hause! Das Gas wird uns töten! Komm hier rein! Hier! Oha! Oh mein Gott! Das ist der Junge! Das ist der Junge! Guter Junge, wir sind erst mal sicher! Komm bitte in die Küche, beide! Wo ist Mama? Mama kommt nicht! Tut mir leid, mein Junge! Warum tun die das, Baba? Sie denken, wir helfen den Rebellen! Hier, nimm diese Maske! Haben wir noch eine für Pfarrer? Du brauchst eine eigene! Ich helfe deiner Schwester! Los! Nehmt die Telefone! Benutzt sie, wenn wir getrennt werden! Okay, wir gehen über die Brücke in die Berge! Dort sind wir sicher! Und wenn sie uns kriegen, Baba? Sie werden euch holen und wegsperren! Ich will nicht weg! Okay, hörst du, ich weiß! Wir kommen wieder, versprochen! Aber dir sei jetzt stark für deine Schwester, ja? Was, wie das hier gemacht ist! Bleib hier, klar! So überleben wir! Verstehst du? Ja, Baba! Hör zu, wenn wir da draußen sind! Bleib bei mir, okay? Baba! Baba! Hinter mich! Hier ist niemand! Nur Männchen, bitte! Was für steckig! Aber wo denn? Hier! Und das mit? Wo denn? Aber wie sektisch, ich tritt mir nur die Schreise! Es ist nicht Toy-Sie-Sie-Sie-Sie-Sie! Ach! Tschö-Sie-Sie-Sie-Sie-Sie-Sie-Sie-Sie-Sie-Sie-Sie-Sie! da war es abbekommen oder was proberatet zu tun ja ich würde proberat finden sie eine waffe von Soldaten zu töten wie Ich kann es nicht verletzen, ich kann es nicht verletzen. Wer ist noch hier? Zieh dir mein Bein an, du Miststück! Du kreist mich an! Eine kleine Träckstraße! Oh Gott! Ruf mir alles weg! Oh nein! Oh Mann, das ist schon echt hart! Halt du! Du Scheiße! Hab keine Angst! Wir sind zusammen! Durchsuchen wir ihn! Er ist zu schwer! Wir müssen gehen! Was, Maske? Hab sie! Komm schon! Wir gehen durch den Mond! Dort sind wir geschützt! Gehen wir! Baba? Kinder! Du musst aufstehen! Ich kann nicht... Ich... Ich kann nicht mitgehen! Was tun wir? Überleben! Um jeden Preis! Gebt niemals auf! Ich komm nicht ins Schloss! Komm! Ich hebe dich hoch! Es klemmt! Versuch es aufzuhebeln! Du bist so, Schwestern! Du bist so, Schwestern! Du bist so, Schwestern! Du bist so, Schwestern! Komm schon! Du bist so, Schwestern! Wir können gehen! Bleib unten! Und komm zu mir! Sei leise! Dann schaffst du es! Ich glaube nicht, dass sie uns gesehen haben! Hört euch! Oh, das ist schon krass gemacht! Bruder! Wir müssen weiter! Bruder! Das ist nicht fair! Sie töten einfach alle! Nein! Schnell. Das ist schon sehr bedrückend, diese Atmosphäre hier. Maria, eine Ablade oder eine Musik? Nein, man! Ich habe, ich helbde, ich helbde dich. Ich muss gleich sagen, Mensch. Herr, ihr habt mich geschleést. Hier sind wir, glaube ich, schon außerhalb der Stadt. Ja. Oh. Scheiße. Ja, hier sind sie auch überall. Ja, hier sind sie auch überall. Oh Mann. Ja. Er hat mich mal danach gegriffen. Schau dir das Ding an. Ist brandneu. Ich brauche die Waffe. Was war das? Was meinst du? Keine Ahnung. Kein Tier? Es war sicher kein Tier. Vielleicht eine Grille. Am fälligen Tag kommen nachts raus. Die Waffe. Hol die Waffe. Ich bin nur vom Garten benebeln, wenn du glaubst, das war eine Grille. Ich sehe nichts. Das ist schon krass gemacht, ey. Nicht heftig. Kick. Feier. Ich glaube... Scheiße. Wann sich die wehren oder so? Nee, ne? Finger weg! Vara! Ihr kleinen Teufel habt also meine Soldaten getötet. Perfekt. Zahra! Alex, alles okay? Geht's dir gut? Wo ist er? Wo ist er? Schreckfarrer. Zahra! Lass es! Stopp, Zahra! Stopp! Ich geh mir mit dir! Zahra! Es war Hadir. Hadir ist der Dieb. Es tut mir leid, Captain. Ich wusste es nicht. Das könntest du auch nicht. Schon gut, Pfarrer. Wir kriegen ihn. Unsere Ärsche müssen sofort hier raus.